Ah, wir machen's. Fertig. Ah ja, ist doch klar. Locker. Easy. Easy peasy in der Easy. Mit Mr. Sneezy. So, an Moderation fertig. So, dölle. Oh, hallo, André. Ich kann hier unten am Gerüst stehen. Ich gehe über CT. Ach so, ja, dann mache ich hier. Einer ist onside. Ja, einer kommt hier. Ja, genau. Ah, aim will nicht mehr. Aua, seins schon. Da hast du nochmal unten. Vielleicht zusammen. Ja. Bei einer spielt jetzt, glaube ich, die andere CT. Ja, läuft. Oh, oh, Sneeze. Oh, no. Ich bin leider noch abgefackelt. Oh, du hast ja ne Flash. Er steht hinter Electric. Ist natürlich nicht Flash. Aber hat nur ne Scout. Ein Schuss. Missile, kommen Sie bitte. Oh Gott, der ist so low. Du hast ihn noch angehittet, oder? Ne. Ach so. Flash kommt. Er hat einen Hit. Ich überrenne ihn. Er ist wieder onside gelaufen. Oh, ich bin full. Aber meine ist nicht Cloud. Ist weg, ist weg. Andere müsste da auch irgendwo sein. Ja, ist hinten onside. Ich sehe ihn, ich sehe. Warte, ich mache den Sprung. Wow. Later, Allah. Mr. Properator. Easy. Properator. Er steht Mitte close. Habt nicht einen einzigen Step von dem gehört. Oh, nö, nö. Eben schon der close. Aber jetzt wird er wahrscheinlich gleich hin. Er ist links. Jawoll. Weg. Schniesel, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht sein. 97.2. Das ziehe ich dir von deinem Lohner. Uff, uff, uff. Ich denke, jetzt steht aber wieder einer close wahrscheinlich. Ist es besser, wenn wir dann unten gehen. Der ist close. Ach, verleck mich. Er ist wirklich... Die Prediction close war leider korrekt. Nur am falschen Ort. Ich dachte Mitte close. Ich glaube, Mitte stand auch close. Ja, aber ich denke, wenn wir dann bei City sind, ich glaube, das könnte echt was werden. Wenn wir jetzt hier noch so ein, zwei Runden holen, genau. Oh, die kommen. Die kommen. Weg. Mit dem Keg, jo. Es ist los mit der Fee. Nice. Na also. Ja, okay, okay. Sehr gut. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ja, also hier auf Tee. Das könnte doch wirklich was Kleines, aber Feines werden. Sollen wir jetzt hier ganz kurz warten? Oder willst du voll rein? Der hat hier gesmoked. Ah, okay. Ich gucke mal unten, was abgeht. Einer steht auf jeden Fall Mitte. Okay, ich gehe jetzt mal hier unten durch Richtung B. Und schau mal. Ach, Mist. Ja, 48 in 1. Er steht wieder hinter seiner komischen Camper-Ecke da oben, wenn man die Treppe hochkommt rechts. Oh, die hat, glaube ich, gesessen. Oh, nee. Ah, der steht natürlich da oben drauf. Hoffentlich verbrennt er noch. Komm schon, verbrenne durch. Ach, schade. Ja, okay, also das sollte man doch eigentlich. Das sollte man doch eigentlich hinkriegen. Die Diegel-Profis. Boah, schiesel, Alter. Leder, Leder. Ich drück mal weg, Alter. Look her. Sieht komplett durch, wahrscheinlich. Bei mir. Oh, hat der sogar einen Headshot? What the fuck? Er ist voll genascht. Einer mindestens, zweit habe ich nicht gesehen. Ja, die sind beide da. Nice. Die wollten, glaube ich, beide Richtung City gehen eben. Ich stehe hier oben. Ja. Geh mal wieder nach hinten. Ich habe mich durch die Gitterstäbe gesehen. Durch die Gitterstäbe. Oh, Mann. Der hat da gerade rumgehampelt. Oh, ich habe nächste Woche Urlaub, ey. Boah, nice. Also ab nächster Woche, drei Wochen dann. Geil. Da sehe ich mich schon. Richtig, richtig edel. Schön wieder Global rein. Immer mit dem Hund spazieren gehen. Oh, Mitte, Flash. Die kommen schon, sind schon close. Müssen beide gewesen sein. Das ist die Flash von mir. Einer oben, Lundau. Äh, ich drückte den Ballen. Einen hittert der. Oh, und der kommt mit der Techie rum. Diegel macht in der Runde auch nur 14 Schaden, leider. Glaubst du es jetzt nicht mehr los? Bitte stehen Sie, wie er das für ihn gemacht hat. Ja, mach doch, mach doch. Dann gehe ich direkt onside. Oh, beide, ne? Beide. Ich kann rüberflaschen. Achtung, ich flash zu denen rüber. Bis über dir, glaube ich. Der andere ist ja auch links los. Der lädt nach. Der ist links rein. Nice. Oh yeah, da kommen sie. Da kommen sie. Frage, jetzt werden sie es nochmal raffen. Ja, vor allem werden sie... Raffen die, dass wir nur Diegel machen? Und ich meine, ist sie... Ich glaube, denen ist das bewusst, aber die denken sich easy, free win. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich. Unten. Beide. Okay. Jo, der andere ist schon da. Ein bisschen dumm Zeug gemacht. Flash kommt. Ich bin diesmal close. Der ist hinter uns hoch. Der ist weg. Wir haben die Bombe. Also ich gucke genau hier an die Kante. Boah, siehste, Alter. Alter, das ist der FP-Ner weggedrückt, ey. Nice wall. Das sind solche Sch*****s, wirklich. Glauben die echt, dass wir was anhaben, hä? Bitte kommt was. Okay. Ja, der leckt ein bisschen. Beide wahrscheinlich. Oh, Scheiß, die waren dann. Der 90 in zwei. Ich habe meine Netterbau verworfen. Die hätte den eigentlich etwas härter in die Fresse fliegen sollen. Okay, ich komme dazu. Ich flashe wieder zu denen rein. Achtung, vielleicht, 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 vielleicht. Ich gehe wieder rüber. Ja. Ja, bei mir, bei mir, bei mir. Beine? Einer mindestens. Ich bin full. Die Skam, glaube ich, von Mitte. Ja. Mist, ich treffe ihn nicht. Einer mit. Nice. Later, later. Okay, komm, Konzentration, das machen wir. Das machen wir jetzt. Ultra, das knappe Ding. Nice wall, ich glaube, es geht los. Wie kann man nur so ekelhaft davon überzeugt sein? Das sind solche dummen Beutel. Die sollen mal eine Sekunde deinen Account angucken. Bei mir? Vor B? Ja. Äh, was heißt vor B? Siehst du, wenn die hochkommen, dann ziehe ich nämlich rum. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor Mitte. Ach so, ja, dann der guckt hoch. Der kommt, beide da, beide da. Der andere ist noch da unten. Mist, 86 in drei. Uh, lau. Oh! SG. Okay, Tyrone, what the fuck? Oh, man, Alter. Das ist so... Ja, das ist einfach dieses komischige Quake. Dieses ekelhafte. Jemand ist einfach besser und das heißt... Hä, der hat einen! Unten. Ich flash rein und guck, Achtung, Flash kommt. Flashbang. Redeed out. Äh, war mir nur der eine, ne? Der andere müsste da auch sein. Ich gehe trotzdem mal window. Ja, das hier. Hey, warte, warte, warte. Da gehe ich nicht so weit vor. Ich habe die Womme genommen. Ah, okay. Laying down smoke. So, jetzt soll er erstmal ein bisschen abkühlen. Ich smoke noch einen Ticken deeper dahinter, dass er durch diese Smoke auch noch durch muss. Boah, ich könnte mich hier so geil fallen lassen. Aber ich mache es nicht. Ich glaube, er ist bei mir. Ich glaube schon, also ich hätte schwirren können, er ist da eben gesteppt. Aber ich sehe ihn. Ja, doch, doch bei mir, bei mir, bei mir. Flash hinter dir. BAM! Alter, das Drawer geholt. Ach, das Drawer. Rini, Bambini. Ach, Mensch. Ach, Mensch.